Verena Kehrt strahlt beim Raffaello Summer Day in Berlin mit der Sonne um die Wette. Und daran ist nicht nur ihr farbenfrohes, sonnengelbes Kleid schuld. Ob da wohl Frühlingsgefühle im Spiel sind? Schließlich hat man in Sachen Männern von ihr schon länger nichts mehr gehört. Im Interview mit bunte.de spricht die 34-jährige Radiomoderatorin dann Klartext. Ich bin ganz normal Single. Bei mir gibt's keine Schmetterlinge im Bauch, bei mir gibt's nur ganz viel Raffaello im Bauch und sonst nichts anderes. Aber wer weiß, was passiert. Na, das klingt so, als würde sich die Ex von Oliver Kahn einfach mal treiben lassen. Doch jetzt im Sommer hätte man doch sicherlich gerne eine starke Schulter an seiner Seite. Oder? Also im Moment bin ich sehr glücklich, so wie es ist, ehrlich gesagt. Also ich komme durch den Sommer auch ohne männliche Begleitung. Und das merkt man der Blondine auch an. Bei diesem Anblick sind wir uns jedoch sicher, dass ein neuer Mann an Verenas Seite nicht lange auf sich warten lässt.